Wer putzt denn hier die Scheiben? In Berlin sieht man doch sonst nur die Putztrupps an der Ampel. Aber nicht für die glücklichen Erdgas-Taxis am Alexanderplatz. Die wurden heute von den Großreinemachern von VerbioGas überrascht. VerbioGas ist ein Biokraftstoff für Erdgasfahrzeuge, aus landwirtschaftlichen Reststoffen hergestellt. Und VerbioGas hat was gegen Dreckschleudern. Nämlich einen Kraftstoff, der 90% CO2 spart und bei der Herstellung ganz ohne Nahrungsmittel auskommt. Und das alles zum Erdgaspreis. Und für Erdgas-Taxis gibt's obendrauf noch einen Gutschein für die Gratiswäsche an der Tanke. Doch auch für herkömmliche Taxis hat VerbioGas was übrig.